Wir wollen ganz einfach unserem langjährigsten Wegbegleiter eine kleine Urkunde überreichen. Weil ihr seid mit Abstand, wie nennt ihr euch immer? Urgestein? Die Dinosaurier ist es. Das wollte man nicht unbedingt drauf schreiben. Das wollte man nicht schreiben. Aber wir wollen euch einfach von Herzen Danke sagen und euch für dieses Jubiläum diese kleine Urkunde überreichen. Das macht natürlich der liebe Herr Bölk. Mit den herzlichsten Glückwünschen und vielen großen Dank. Ganzlichen Dank. Wir danken euch, dass ihr so ein gutes Produkt habt, das uns 30 Jahre begleiten kann. Ja, schön. Wunderbar. Und ich habe ja gleich aufgenommen. Es ist ja eine Ehre, wenn ihr es mitbekommen habt. Dankeschön. Gerne. Sensationell. Damit ihr das auch in Ruhe betrinken könnt. Noch ein kleines Champagne. Ich habe etwas Kleines für euch. Also, gratuliere. Das ist ja ein Lust bei der Zusammeldrung. Dann wird es ja nicht kalt. Damit ist auch nicht Sache genug. Auch von meiner Seite her und Seite der Geschäftsleitung von Joka und Pro Natura. Vielen, vielen Dank für die jahrzehntelange treue Zusammenarbeit. Danke auch für das eine oder andere Problem, was wir gemeinsam lösen haben können in der Vergangenheit. Wir freuen uns auf weitere 30 Jahre und Lösungen. Genau, auch Lösungen. Und als kleines Dankeschön auch von unserer Seite gibt es ein Schlafsystem als Geschenk. Sehr toll. Wow, Dankeschön. Bitteschön. Danke schön. Danke schön. Jetzt auch ein bisschen. Sowieso. Danke. Danke schön. Danke schön. Thomas, danke schön. Danke für alles. Super. Ja, das ist ja eine Überraschung. Toll. Super. Wollen wir ein Koppenfoto bitte? Ja, gerne. Ein Koppenfoto, jawohl.